Schön, beliebt, geistvoll. Jedem ist seinsbeschieden. Die ideale Frau, Ruth Neuwerig. Anlässlich ihres fünften Todestages macht Heimatkanal die Grand Damm der 50er Jahre zum Filmstar des Monats. Und zeigt sie in ihren bedeutendsten Rollen. Unser Filmstar des Monats Dezember. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Untertitelung des ZDF, 2020